Laut einer Befragung sind 84% aller Präsentationen langweilig und zugegeben, selbst bei der besten Rhetorik gibt es nun mal einige Themengebiete, die relativ trocken sind. Heute bekommt ihr eine Frage, die ihr euch in der Praxis stellen könnt, um interessante Informationen in eurem Themengebiet zu finden und zweitens diese Informationen mit spannenden, interessanten Methoden zu präsentieren. Viel Spaß und kommunikativen Erfolg! Herzlich Willkommen hier bei der Redefabrik, dem größten deutschen YouTube-Kanal zum Thema Kommunikation, Rhetorik und damit auch Präsentation. Heute geht es mal darum, welche Frage ihr euch denn stellen könnt, um dieses inhaltliche Problem ein bisschen zu lösen. Ich habe auch schon viele Präsentationen zu eher trockenen Themen gehalten und da fragt man sich natürlich selbst, neben den rhetorischen Mitteln, die es natürlich auf jeden Fall gibt, ob es irgendwelche inhaltlichen Kniffe gibt, um auch inhaltlich spannendere Präsentationsinhalte zu finden. Und da möchte ich euch heute mal eine ganz einfache Frage aus den Denkwerkzeugen mitgeben. Ist ein gutes Buch zum Thema Kreativität, Innovation und eine Technik, ein Werkzeug heißt die verrückte Idee-Frage. Man muss sich ganz einfach stellen, ganz einfach, was wäre jetzt etwas Verrücktes, was ich jetzt machen könnte? Wenn alles machbar wäre, was könnte ich jetzt machen, um meine Präsentation noch zu verbessern? Studien haben interessanterweise wirklich herausgefunden, dass wenn man diesen Fokus darauf legt, extra mal out of the box zu denken, extra mal verrückt zu denken, dass dann auch kreativere Antworten kommen. Weil viele Leute denken, ach ich kann nicht so kreativ denken, ich bin nicht so innovativ. Und auch wenn es vielleicht an sich manchmal stimmen mag, Innovation, Kreativität ist erlernbar auf längere Zeit und anhand von so kleinen, ganz einfachen Fragen auch sehr gut in der Praxis umsetzbar. Also stellt euch einfach mal die Frage, was könnte ich jetzt machen, was jetzt verrückt wäre, was jetzt man normalerweise nicht machen würde? Oder was könnte ich jetzt machen, wenn alles machbar wäre? Was würde ich dann machen, um meine Präsentation noch etwas zu verbessern, etwas spannender zu gestalten? Und da werdet ihr bei eurer Themensuche, bei eurer Inhaltssuche schon Informationen finden, die spannend sind oder die etwas verrückt sind, etwas komisch sind. Oder ihr werdet beispielsweise, wenn ihr diese Themen dann aufbereiten wollt, dann neue Ideen, neue Methoden und neue Präsentationsweisen finden. Mal drei Beispiele, eins von einem Kommunikations- oder Körpersprachetrainer, eins von Steve Jobs und eins von mir. Dieser Körpersprachetrainer, ich weiß nicht mehr wie er heißt, kann mich auch nicht mehr ganz genau an den Inhalt erinnern, aber eine Sache, die habe ich mir bis heute behalten. Und zwar wollte er irgendwie sagen, dass wir einen großen Teil unserer Kommunikation nicht nutzen, und zwar die Körpersprache. Was hat er gemacht? Er hat sich einen dieser Scharfschützenanzüge angezogen, mit diesen ganz vielen Fransen, dass man im Gelände nicht so erkannt wird, und hat den angezogen, ist quasi so reingekommen. An diese eine Sache, wie er da aufgetreten ist, kann ich mich noch erinnern. Und das ist auch gut beim Publikum angekommen. Zweitens von Steve Jobs. Und zwar hat er das MacBook veröffentlicht, bei einer seiner tollen Keynote-Präsentationen. Wenn ihr was zum Thema gute Präsentationen lernen wollt, dann schaut euch die gerne mal an. Ganz viele spannende Sachen mit Dramaturgie und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall habe ich auch schon ein Video zu dem Thema gemacht, wie Steve Jobs generell Reden schreibt, ich kann es euch gerne mal am Schluss noch verlinken. Und Steve Jobs hat, als er dieses MacBook hatte, ist er nicht einfach auf die Bühne gegangen, hat jetzt gesagt, ah toll, das neues MacBook, nur so dick, paar Millimeter oder wie auch immer, sondern er hat das ganz schlau gemacht. Anstatt mit irgendeinem Paket zu kommen, ist er mit einem DIN A4 Briefumschlag gekommen, in den er das reingetan hat. Und kam dann damit hin und alle haben sich so gedacht, ja was soll denn das jetzt sein, weil Laptops waren damals viel zu dick, iPads und so weiter, gab es ja auch noch nicht. Und dieses MacBook hatte dann da rausgezogen und das war natürlich ein dramaturgisch toll gemachter Moment, ein toll inszenierter Moment, weil ganz einfach niemand hätte das erwartet. Es war wirklich eine verrückte Sache, die ihm durch so eine Idee gekommen ist. Es gibt noch unzählige weitere Beispiele, nochmal eins aus meinem Alltag. Und zwar sollte ich ein Thema präsentieren, das IPv6-Adressen heißt. Das ist ein ziemlich abstraktes Thema, um das mal so zu formulieren. Und zwar stand da, bei dieser neuen Version gibt es 10 hoch 50 Adressen oder so irgendwas. Also hunderte Billionen. Ganz große Zahl, aber das bringt einem ja nichts. Dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das jetzt visualisieren. Und dann gab es so eine ganz interessante Sache. Wenn ich jetzt das Geld oder diese Zahl 10 hoch 50, diese Millionen, Billionen in Euroschein nehme oder in Dollarschein nehme und über ganz Amerika ausbreite, dann wäre es 5 Meter hoch. Und das ist eine ganz andere Sache. Oder 5 mal zum Mond und bis zurück. 5 mal zum Mond und zurück. Also verrückte Sachen, die eine etwas andere, sage ich mal, Sichtweise präsentieren. Und generell könnt ihr euch das auch immer fragen, wie gesagt, wenn ihr Informationen haben wollt oder wenn ihr diese Informationen präsentieren wollt. Heißt, die Frage ist, was könnte ich jetzt Verrücktes machen, um meine Präsentation spannender zu machen? Welche verrückten Informationen oder welche verrückte Präsentationsweise könnte ich machen? Und wenn alles machbar wäre, was wäre das? Ihr werdet merken, es werden halt auch interessante, kreative, innovative Gedankensprünge kommen, die einem so ein bisschen die langweilige Präsentation spannender machen. Jetzt blende ich euch hier noch das Video zu Steve Jobs ein und hier noch ein anderes Video. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ich die Kommunikation und die Präsentation von vielen verbessern kann. Also teilt dieses Video gerne mit euren Freunden, falls es euch geholfen hat. Und lasst gerne eine positive Bewertung da, wie gesagt, falls es euch gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dieser speziellen Frage und viel kommunikativen Erfolg.